Ich hoffe, dass ihr euren Hesel gut gefüttert habt, du. Hallo, Patti. Mit dem Fahrrad, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Zeit für Bewegung, Patrick. Halt, die Schnauze, Alter. Schau dir mal deinen Doppelkinn an, das ist schrecklich. Ich hab ein Sixpack dafür, gehen wir zu dir. Aber nicht in dem Hemd. Das Hemd ist nicht gebügelt, sieht ein bisschen anders aus. Oh, ach, dann ist das. Ja. Wieso rollst du Fett, sag schon. Ich weiß es nicht. Ah, mein Fahrrad. Scheiße. Ich glaube, es ist dein Fahrrad. Ey, bist du alt, ich bin auch wieder mit. Da geht ihr alle, ne? Oh, Gudi. Das ist scheiße, was du tust. Man muss die Möglichkeit nutzen, um hier durchzukommen. Scheiße, als habe ich so ein behindertes Sina gebrauchen, Mike, Alter. Soll ich denn damit, ey. Soll ich denn damit, ey. Mal feten. Ah, f***, der auch. Das hat ihn gerade auch eine geile Federung. Das hat ihn gerade auch eine geile Federung. Ja, aber mein Fahrrad ist halt schneller, oder? Ja. Wow. Ha. Einfach mit der Mitte durchdurch. Easy. Wollt unrealistisch. Wollt unrealistisch. Ja, ja. Bitch perfect. Bitch perfect. Bitch perfect. Ei, 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 ei. Ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Boah, Punkt verpasst. Leckt mir die Fritte, ey. Boom, Junge. So ein Pfeil dabei. Idiot, alter. Kannst nicht Fahrrad fahren? Ah, die Klappe. Arschloch, alter. Boah, ist mir dein Fahrrad gleich abzieh, alter. Scheiße. 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 Da ist so ein Scheiß, so ein Fahrrad, der mitstellt und das ist so ein Kopf genommen. Ja. 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 Das ist so ein Fahrrad. Das stimmt. Das ist so... Fass auf vorne, geh du, Alter. Das sieht geil, Mann. Jetzt kamen die ganzen Gacker hier raus. Das ist so super. So geil, ungefähr so geil. Ein russischer Mafios auf den Vorrat, Alter. Ah, ich kann nicht. Das ist aber dann, ich euch so gar gerne, oder? Ohne Scheiß. Wow. Stimmt. Ohne Scheiß, wir haben ihn wieder auf Fresse gelegt, ey. Ach, Mann! Wie die! Du meinst der Fahrer, dann! Bum! Oh, die hat nen Platten, äh, Brody. Boah! Ich krieg von Beleidigen jetzt. Boah! Wie ging das denn? Ah! Da kommen noch ein paar. Sven! Keine Minen, du Raketen! Ja! Du sprach! Du sprach! Ja! Ich hab' den Hux Mauer. Oh, schuldigung. So passt der. Oh, besser. Wer wartet dahinten? Guck mal. Hehehe, ich bin guter Pferd. Oh, hey, Sven, ey. War so klar, was du nicht weißt. Ui, du Bastard, Alter. Ich fand dein Fahrrad ganz geil eigentlich, das kriegen wir halt keine Ahnung. Ich muss jetzt fahren aber mal gucken. Ich hab so'n hässliche Mountainbike jetzt hier. Ja, das fand ich auch nicht gut, aber Rainbow hat ganz gut. Ooooooh, fertig! Boah, das war nicht schlecht, das war geil! Schäfer, du brauchst nicht mehr ziehen, du bist... Was machst du noch Slalom oder Fahrrad oder was? Wie der Motorrad, ne? So, ich bin jetzt raus. Oh, gaaay. Gaaay. Gaaay? Gaaay. Gaaay. Fuck my lad.